Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! So, was wollen wir noch? Dark World Komm ich stehe wieder bei der Hauptmusik lauter So Danke So, jetzt habe ich auch noch auf meine Kopfhörer lauter gesteht Und zurück zum Spiel Genau, Pennen wollte ich gehen Oder warte, haben wir ja wieder alle Items Nämlich, wir sind ja letzte Runde grabiert Mal schauen Jaaaa Jedenfalls werde ich gerade weiß, was ich da gerade gemacht habe Ich habe gerade Also ja Ich habe Optifine installiert und habe einmal kurz zugezoomt Also Ja Wie das Geld mit Zubezoomen Einfach Steuerung truppen Aber Optifine muss installiert sein Ja, danke lieber Chat, dass du das so schön einschreibst Fizz Drache wurde vor ein Skelett erschossen Geh! Hä? Jaaaa Jaaaa Hähhh mal ist viele holz ab und dann würde ich sagen wir kommen uns dahinten eine stein spitz zack so alles scheint sortiert ja es wurscht die los mal kurz offen 64 kurz eine dann 64 64 64 64 52 keine als hähnchen eine eine damit der ist trauens mit der die fackeln natürlich mit die pizze so und steinhacke kern und zack bist du fertig bis du schätzt die größe nahe bis nicht das hat sie fertig nah an man es ist alle zählen ja weiter geht's also aber wenn sie aber gute Themen wie ist schreibt man bitte am früh nur in die Kommentare ein user Retçock oder freind von mir wenn der schreibt dem leise keinen in die Kommentare anna Lani des Supervis wenig blub blub ler blub bl blub blub Blablabla 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 Blablab das mit der höhle kein mascher so jetzt geht er dorthin und was werden wir davor finden riesige höhle nur ist sie winzig kein maulischer braucht man nicht noch mal so was kann man noch und schnell verdienen vielleicht ja mal ist thema was ist ganz was kann ich noch schneiden im schiff so für themen durchgenommen vielleicht ist thema fleisch zu nahm wo ich schon mit der fleisch sucht war da ist mir jetzt ein thema eingefallen und zwar in der schule da haben wir das thema durchgemacht großindustrie damit gehört von unserer gewährlehrerin dass zum beispiel in amerika riesige föder nur für tomaten aufpflanzt werden und ganz ehrlich ist schon zum beispiel da werden fülle aufpflanzt sind glaube ich kann sein dass wir jetzt verdurbar sitzen wenn ich mir damit ganz ein stets an glaube ich so groß so groß wie österreich kann sein dass mir da ist und ganz ehrlich ist es schon ein bisschen extrem oder hier findet ihr ja mal ihr habt so natürlich eure eigene meinung aber ich sage mal was interessantes oder oder zum beispiel was kann man dann auch nehmen als thema das war kurz die textur von baum weg so lecker fleisch die er war kommt der moment ist auch es ehrlich der schutz hat ziemlich geil aus der runde offen mit dir auf 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 auch und jetzt ist man schon frei auf dem haben weg nämlich ob keine Ahnung wo es handelt obwohl ich vielleicht auch dahinten ist der Sumpf Rao die Amt von Ahoi es sich ist schon zu Hause kommt auch wenn man die Richtung es fällt mir noch sein als Thema wie immer einmal einfach spontan dazu entschlossen dass sie mit kurz aufnehmen ja kurz in die Mäsche wieder eine halbe Stunde auf na so erde 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 und joe war es für eine gefeiligste halbe Stunde in nur komplett kurz aber ja so zack 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 als ich wieder mich vorschlagen ich mach einfach au like a pocket ich prob mich einfach mal da durch eine hopp was was ich mach da eine Außenpass für uns einverstanden einverstanden ist er gut sagt ihr seid abfrei verstanden die mhm hohohohoho also 1 2 3 geh einer ok da 1 2 3 3 1 und geht dort 1 2 3 1 mit der 1 2 3 1 und da wird es johann sich und noch erhebt unser kleines hausel aus das sagt einfach nur eine läppische außenbasis das sollten von der reise zurück also wenn man meine reise auffangen dass man noch und und von der reise und store ausruhen oder zum beispiel so ist thema shooter so geht es um das thema schulte meintaschku m überlegt immer wieder noch ein paar gute themen an mir fallen keine ich bin jetzt keine themen dennoch erwähnenswert sind weil man denke ich schon alle kennt die mir jetzt gerade auf die schnelle einfallen ich bin jetzt immer mal ist thema youtuber also ganz ehrlich jeder kennt sich youtube es gibt es gibt verschiedene youtuber typen die anderen sagen ja ich mag die videos die eigentlich gut sein oder es zumindest nicht verdient haben dass gehetet werden die die und die videos die komplett schlecht sind der leite als die typischen hater da und dann noch ein gibt es ein an ja wie soll ich sagen die youtuber der ganz normalen videos aufgestellten den nur kommentare schreiben wollen ja so und ich möchte jetzt einmal da schauen dass der raum symmetrisch wird ich glaube dass er symmetrisch ist weiß ich nicht einfach nur dass es besser ausschauen das heißt 1 2 3 4 7 1 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 14 13 15 15 15 flachen aber wirklich keine themen eine versandert 15 15 15 Schaut er sich ja gut aus abwischen in die Länge zu oder noch wird aus zwei Räume die Ome Morgenswahrer war jetzt hat sich selbst Ich hab nämlich ganz vergessen, dass ich in Time auch noch eintrat hab. Okay, dann sag ich einmal Danke fürs Zuschauen. Und Tschüssikowski!